Irgendwie wurde jetzt der Park beendet. Komm schon mal. Ja, machen wir jetzt so weit. So weiter. Ja, hier sind wir. Steig. 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 jetzt wird mir der Park halt kurz beendet. Der ist doch nicht! Das ist das, die man fahrzeugen ist. Das ist ja mal ein Schützler. Und dann hier alles. Und dann wieder zu der Helle. Damit dürfte es funktionieren. Gut. Okay, der Buggy dürfte bald fertig sein. Aber bevor du damit losküsst, muss ich dir erst ein paar Dinge erklären. Denk dran, das Ötland ist ein gefährlicher Weg. Ruf mich an, wenn deine Karte im Eimer ist. Dann schlepp ich dich her. Und solltest du mal was zu reparieren haben, dann komm einfach zu mir in die Werkstatt. Okay, lass mich die Teile einbauen, dann bist du voll am Start. Komm schon, nimm dir das Funkgerät vom Tresen. Super. Alles fertig. Kannst abdüsen und denk dran, wenn du einen Abschleppwagen brauchst, funkt mich an. Alles klar. Dann steig mal ein. Wie gefällt dir der Buggy? Sieht nicht nach viel aus. Aber wenn du ein paar Waffen anbringst, kannst du es mit so gut wie jedem aufnehmen. Und? Lust auf noch mehr Arbeit? Banditen haben den Kontrollpunkt am Eingang des Canyons eingenommen. Wollen uns von der großen Stadt im Osten abschneiden. Das müssen wir verhindern. Ich könnte deine Fähigkeiten gut für einen kleinen Sprengjob gebrauchen. Würdest du das für mich tun? Ich würde dir sogar mein gutes altes Scharfschützengewehr leihen. Perfekt. Hier sind ein paar Sprengladen. Bring sie am Tor an und dann lauf. Viel Glück. Gut, aber das waren wir im ersten Part. Euer Jürgen von Part 92.